Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch ein wunderbares natürliches Heimmittel für Gelenk- und Knochenschmerzen mit Kaisernatron, 1 Löffel Kaisernatron, 1 Löffel Senf, 1 Löffel Salz und 1 Löffel Honig. Alles zusammen wird gemischt. Ein bisschen Chili-Pulver dazu hinzufügen. Diese Heilmittel hilft Gelenk- und Knochenschmerzen in 3 bis 5 Tagen zu heilen. Schon nach der ersten Anwendung werden Sie spüren, dass die Schmerzen immer weniger werden, bis die bald verschwinden total. So, man schmiert mit diesem Balsam einfach die Gelenkschmerzen beim Knie oder Hand, dann einwickeln in eine Frischhaltefolie und dann in ein Baumwolletuch dazu noch nehmen. Am besten über Nacht einwirken lassen und nächsten Tag wieder spüren. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.